Upavishta Purvottanasana ist die Vorbereitung zur Purvottanasana, also zur schiefen Ebene. Upavishta ist die sitzende schiefe Ebene, wo du das Becken nicht hebst. Von der Sitzhaltung ausgehend gibst du die Fußsohlen auf dem Boden, die Knie sind 90 Grad und du kannst aber auch die Finger zum Gesäß hingeben, so ist diese Übung gleichzeitig eine Handgelenksflexibilitätsübung. Wenn du dabei versuchst, die Handflächen ganz unten zu halten und gleichzeitig die Schultern etwas weiter nach vorne zu geben, kannst du dann auch eventuell mit den Handgelenken weiter nach hinten wandern, um schrittweise die Handgelenksflexibilität stärker zu üben. Versuche dabei auch Brustkorb zu wölben und Kehle weit zu machen. Wenn du so arbeitest, dann ist Upavishta Purvottanasana auch eine Dehnübung für die Handgelenke. Ansonsten ist Upavishta Purvottanasana einfach die Vorübung, die Ausgangslage, um das Becken zu heben, um in die volle Purvottanasana-Stellung zu kommen. Ansonsten ist Upavishta Purvottanasana.